Vorhang auf für das Siegerfohlen in der Vielseitigkeit und springbetonten Klasse des großen Championates des Zuchtbezirks Nordost in Graditz. Ein Ankommer mit Leistungsanspruch. Bei klarem Rassetyp immer mit Selbsthaltung bei der Sache und so bewegungsstark, dass für die Hengstaufzucht ein Stipendium in Aussicht gestellt wird. Vater Polartanz hat Vielseitigkeitsprüfungen bis einschließlich Vier Sterne international mehrfach gewonnen und war platziert unter Felix Etzel. Mutter-Vater-Lichtblick errang in acht Turnierjahren 40 S- und über 90 M-Siege und Platzierungen. Die große sportliche Perspektive ist diesem Siegertyp damit schon in die Wiege gelegt worden.